Was brauchen nicht nur die Seemänner, sondern auch die Kletterer und Klettererinnen? Knoten. Sind nicht viele, sind nicht allzu schwer, sind aber extrem wichtig. Und genau die schauen wir uns heute super zum Nachmachen an. Für den Klettersport brauchen wir immer das gleiche Repertoire an Knoten. Wir brauchen aber nicht für alle Disziplinen immer alle Knoten. Trotzdem ist es für einen ganzheitlichen Kletterer nicht unwichtig, dieses Grundsortiment zu kennen, zu beherrschen und auch regelmäßig natürlich zu üben. Deshalb fangen wir mit dem Knoten an, den alle von euch brauchen, wenn sie an eine Wand, egal wie hoch, egal wie schwer, egal aus welchem Material überhaupt, sicher hochkommen wollen. Dem doppelten Achter. Beim doppelten Achter wird im Prinzip ein einfacher Achter gebunden, dann durch den Klettergurt gefädelt und dann dem ursprünglichen Achter einfach nochmal nachgefahren, um einen sogenannten doppelten Achter zu erhalten. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Beim Achter verwenden wir die doppelte Variante, um uns selbst ins Seil einzubinden, wenn wir klettern gehen. Dafür nehmen wir uns etwas mehr als eine gesamte Armlänge Seil. Diesen Punkt halten wir nun mit der Hand fest und führen das Restseil, das Endstück, am Seil hinten vorbei, führen es vorne vorbei und fädeln es dann von hinten durch die neu entstandene Schlaufe. Dieses Seilende führen wir nun durch die beiden Einbindeschlaufen unseres Klettergurts. Nun führen wir das Endstück des Restseils durch den Achter, der entstanden ist, durch und fädeln ihn genau parallel verlaufend zum ersten Achter wieder zurück. So entsteht ein doppelter Achter. Dieser ist leicht zu überprüfen, da sämtliche Stränge des doppelten Achters parallel verlaufen müssen. Ist ein Strang grundsätzlich überkreuzt, aber läuft trotzdem parallel, ist der Achter nicht unbedingt falsch. Es kann jedoch sein, dass er sich bei einer Sturzbelastung danach etwas schwerer öffnen lässt. Doch wie sieht es mit dem Sichern aus? Klar, heute unterstützen uns viele Sicherungsgeräte, die durchaus auch ihre Vorteile mit sich bringen. Nichtsdestotrotz ist ein Knoten trotzdem wichtig zu kennen. Der sogenannte Halbmastwurf, kurz HMS genannt. Dieser ist aber eigentlich gar kein echter Knoten. Aber zum Sichern, wenn kein Sicherungsgerät, sondern lediglich ein HMS-Karabiner zur Verfügung steht. Der HMS kann sowohl fürs klassische Sichern, aber auch für das Nachsichern von Nachsteigern genutzt werden. Das Sichern mit dem HMS hat aber auch Nachteile und Risiken, die wir uns aber in einem anderen Video anschauen werden. Der Halbmastwurf benötigt immer einen Karabiner, denn er wird in einen Karabiner eingelegt. Beim Halbmastwurf legt man das Seil so in den Karabiner ein, dass der Kletterer und das Seil des Kletterers vorne rausschauen. Dann nimmt man sich mit der linken Hand das Seil des Kletterers und zeigt dabei mit dem Daumen nach unten. Dann klappt man das Seil und damit auch die Hand und den Daumen nach oben. Dabei entsteht eine Schlaufe und diese Schlaufe klappen wir dann genau so in den Karabiner ein. Natürlich funktioniert das mit dem Karabiner auf der anderen Seite genau gleich, nur eben alles spiegelverkehrt. Wenn es einen Halbmastwurf gibt, gibt es dann eigentlich auch einen Ganzmastwurf? Ja, heißt aber nur Mastwurf. Der Mastwurf wird nicht zur Sicherung, sondern zur Fixierung genutzt. Mit einem Mastwurf lässt sich ein Seil in beide Richtungen blockieren. An einem Karabiner muss der aber auch befestigt werden. Egal an welchem Seilende man dann also zieht, das Seil rutscht nicht durch, da sich bei Zugbelastung der Knoten zusammenzieht und dann blockiert. Er wird klassischerweise für die materialsparende Selbstsicherung genutzt. Hier gibt es zwei Arten, wie man einen Mastwurf legen kann. Zum Legen des Mastwurfs am Karabiner greift man mit einer Hand entlang des gesunden Schenkels zum hinteren Seil. Dieses hintere Seil greift man nun und führt dann den Teil des Seils, der nach unten weiter verläuft, zum Schnapper hin. Man dreht die Hand also ein. Danach hat man zwei Schlaufen, wobei der vertikale Seilteil einmal vor dem horizontalen Seilteil verläuft und einmal dahinter. Diese eine Schlaufe hängt man dann zusätzlich zur anderen in den Karabiner ein. Beim Mastwurf ohne Karabiner nimmt man sich ein Stück Seil horizontal. Dann bildet man zwei Schlaufen, bei der eine vertikale Linie hinter dem horizontalen Seil verläuft und eine davor. Danach schiebt man diese zwei entstandenen Schlaufen oder Öhrchen übereinander, sodass die beiden vertikal verlaufenden Seile nun zu kreuz aneinander anliegen. Dann hat man wieder eine doppelte Schlaufe, die man in den Karabiner einhängt und einen fertigen Mastwurf. Als nächstes schauen wir uns den sogenannten Prusik an. Der Prusik-Knoten wird häufig beim Aufstieg am straffen Seil oder auch als Hintersicherung beim Abseilen genutzt. Auch hier werden wir im Laufe der Zeit mehr zum Thema der direkten Anwendungszwecke lernen. Der Prusik-Knoten hat die Besonderheit, dass er mittels Rebschnur oder als sogenannte FB-Prusik mittels Bandschlinge am straffen Seil befestigt wird und nicht mit dem Seil selber gelegt wird. Er hat die Fähigkeit bei straffem Anlegen und einer Zugbelastung zu blockieren. Lockert man den Prusik-Knoten etwas, kann das Seil wieder langsam durchrutschen. Daher wird er zum Beispiel eben gerne als Backup fürs Abseilen verwendet. Wie er ums Seil gewickelt wird, das zeige ich euch jetzt. Beim Prusik-Knoten wird eine verknotete Rebschnur so gehalten, dass eine kleine Schlaufe hinter dem Seil vorbeigeführt wird. Dann wird das andere Ende der Schlaufe durch diese kleine Schlaufe um das Seil drumherum geführt und durch die Schlaufe durchgesteckt. Dieser Vorgang wird dann noch einmal wiederholt, sodass letztlich vier parallel verlaufende Stränge am straffen Seil liegen. Die Rebschnur kann nun nicht mehr weiter bewegt werden, wenn der Knoten festgezogen wird und nach unten oder nach oben belastet wird. Möchte man den Prusik lockern und somit das Seil oder den Prusik selbst bewegen können, muss eine kleine Schlaufe, diese letzte kleine Schlaufe, die immer wieder für das neue Wickeln aufgemacht wird, etwas gelockert werden und dann kann das Seil und der Prusik auch wieder bewegt werden. Das Besondere am Prusik ist, dass man die Anzahl der Wicklungen nicht pauschal angeben kann. Das hängt nämlich immer von der Dicke der Rebschnur und des verwendeten Seils ab. Standardmäßig sollte für uns Kletterer hier die 6 mm dicke Rebschnur hergenommen werden. Da die meisten Kletterseile im 9er und 10er Bereich liegen, ist die 6 mm Rebschnur perfekt. Das Praktische ist, wenn ein Prusik mal nicht greifen sollte, weil die Durchmesser vielleicht nicht ganz passen, reicht oftmals einfach eine Wicklung mehr, um das Seil zu machen. Zum Schluss schauen wir uns jetzt noch den Sackstich an. Er ist ein Stück einfacher als der Achter, aber mindestens genauso wichtig, da wir ihn für unzählige Dinge brauchen, zum Beispiel für das Verknoten von zwei Seilenden, sowohl bei Seilen als auch Rebschnüren. Außerdem brauchen wir ihn immer wieder mal, um vielleicht auch Dinge wo festzubinden. Er ist eigentlich unglaublich simpel und die meisten von euch, selbst wenn ihr jetzt gerade noch keine Kletterer seid, kennen ihn, meist aber eben nicht unter dem Begriff Sackstich. Den Sackstich brauchen wir beim Klettern häufig in seiner doppelten Form. Dabei nehmen wir eine große Seilschlaufe und führen sie dann hinter dem nach unten verlaufenden Seil vorbei. Dann nehmen wir die Schlaufe und führen sie vorne durch die neu entstandene doppelte Schlaufe durch. Dieser Knoten eignet sich perfekt, um das Seil beispielsweise kurz irgendwo zu fixieren, beispielsweise am eigenen Anseilring mit einem Karabiner oder auch irgendwo am Standplatz. Zum Schluss ist es natürlich schön, wenn man viele verschiedene Knoten ins Seil knüpfen kann, aber Vorsicht ist geboten, denn ein Knoten schwächt ein Seil. Die Belastungsgrenze, bei der ein Seil, aber auch eine Rebschnur beispielsweise brechen, sinkt, wenn ein Knoten ins Seil kommt. Wie viel das ist, das hängt letztlich vom Knoten und auch vom Material ab. Bei einem Sackstich beispielsweise hängt es davon ab, wie er belastet wird, also genutzt wird. Hier sind Schwächungen von 20 bis 40 Prozent möglich. Ein Seil wird aber beim Klettern in der Regel keine Anwendung finden, in der die Bruchlastwerte auch bei einer Schwächung von 40 Prozent problematisch werden könnten. Dennoch ist es eine Sache, die man schlichtweg wissen sollte. Selbes gilt natürlich auch für Rebschnüre und Bandschlingen. In diesem Sinne war es das für heute mal wieder. Es war mal wieder ein etwas längeres Video, aber ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Wie ihr wisst, die Alpen Academy existiert unter anderem nur deshalb, weil ihr es mit einem kleinen Beitrag möglich macht, wenn es euch mal einen Kaffee wert ist. Gerne dazu alle Infos hier eingeblendet oder eben in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.